Heute werfen wir einen Blick auf die 2-Euro-Münze Wartburg aus dem Jahr 2022. Die Münze ist die letzte Ausgabe der ersten Bundesländer-Serie, die es von 2006 bis 2022 gab. Sie wurde lediglich unterbrochen im Jahr 2019 von der Münze 70 Jahre Bundesrat. Die Auflage beträgt hier wieder 30 Millionen Exemplare insgesamt, verteilt auf die 5 deutschen Prägestätten in Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg. Dargestellt ist die Wartburg bei Eisenach, welche dort 411 Meter über dem Meeresspiegel thront. Eine der wohl bekanntesten Burgen Deutschlands, welche bereits 1067 von Ludwig dem Springer erbaut wurde und bereits seit 1999 zum UNESCO-Welterbe zählt. Dabei sollte man sagen, dass das heutige Aussehen der Wartburg zum Großteil auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, wo viele Teile, die nicht mehr so gut erhalten waren, wieder aufgebaut wurden, unter der Führung von Großherzog Karl Alexander von Sachsen-Weimar Eisenach. Die Wartburg ist ein sehr bedeutendes Bauwerk in der deutschen Geschichte. Immer wieder sind dort berühmte und bekannte Persönlichkeiten gewesen. Das begann bereits mit Elisabeth von Thüringen. In der Zeit von 1211 bis 1227 lebte sie dort. In den Jahren 1521 bis 1222 verweilte Martin Luther als Junker Jörg für mehrere Wochen auf der Burg und übersetzte dort das Neue Testament der Bibel ins Deutsche. Und heute ist sie ein sehr, sehr beliebtes Touristenziel mit vielen, vielen Besuchern jährlich. Ab dem nächsten Jahr geht es dann weiter mit der Bundesländer 2 Serie. Dann beginnend mit der Elbphilharmonie in Hamburg. Und man darf gespannt sein, welche Gebäude weiterhin porträtiert werden. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!